Hallo, hier ist wieder Thomas von Tom2Tom Games und ihr seid mit dabei hier in der nächsten Folge von Ports of Call, unserer Let's Play Reihe zu diesem Klassiker der Wirtschaftssimulation im Bereich der Reederei, also mit mehreren Es geschehen. Ja, wie geht's weiter? Wir sind im dritten Jahr, 16. Woche, dritter Tag, haben eine ganze Menge Schiffe unterwegs hier, aber es geht nicht so recht voran, denn eigentlich wollte ich euch ja noch zeigen, hab ja hier das ganze verlängert, sozusagen das Let's Play, wollte euch mal zeigen hier, wie es aussieht mit so einem Hightech-Schiff, damit wir das zumindest mal gesehen haben. Es sollte aber eigentlich am besten schon hier oben der Kahn sein und im Moment geht es irgendwie nicht weiter, nicht so richtig voran, würde ich sagen. Ich meine, wir könnten natürlich Schiffe verkaufen, aber das ist jetzt ja auch keine Lösung, dass man hinterher nur noch ein Schiff hat, denn das würde uns eigentlich eher zurückwerfen. Ja, deshalb geht es also darum, jetzt noch ein bisschen Geld zu scheffeln. Wir haben ja auch gesehen, auf manchen der Routen gibt es wirklich sehr lukrative Aufträge. Wir hatten ja jetzt in der vorletzten Folge den 5-Millionen-Auftrag, die letzte Folge war auch was mit über 2 Millionen. Das sind natürlich super Aufträge, aber die kommen ja nicht die ganze Zeit. Stattdessen hatten wir dann auch so Grauten dabei, wo man für 200.000 Dollar hier über einen halben Globus fährt und hinterher auch noch das Schiff kaputt fährt, weil die blöden Schlepperkapitäne mal wieder streiken. Naja, ich denke, wir fangen mal an. Im Moment haben wir ja eine Waffenlieferung laufen. Das klingt auch nicht gut. Hoffentlich werden wir hier nicht, also hoffentlich wird das nicht irgendwie... Na, ihr versteht schon. Also, wir haben hier im Spiel jedenfalls im Moment eine Waffenlieferung von Cape Town nach Sydney. Das ist ein ziemlich seltener Fall, dass es das gibt, aber wenn es das gibt, dann hat man da eigentlich immer sehr gute Angebote. Ok, Karachi müssen wir jetzt mal eben schauen. Das ist mal wieder nicht so super. Wir nehmen mal die Textilien für 600.000. Das ist nicht so mega viel. Machen wir aber. Wir wollen kein Sondergeschäft haben. In die andere Richtung ist die Route ja sehr viel lukrativer. So, mit Schlepperhilfe. Ja, das klappt. Super. Ja. Ok, 100.000 Strafe. 800.000 haben wir trotzdem verdient. Das ist doch auch wunderbar. So, das Schiff ist vom Zustand noch in Ordnung. Also, immer wenn ich hier eine neue Folge mache, muss ich erstmal wieder gucken, wie ist eigentlich der Zustand der Schiffe. Denn, ähm, da verliert man jetzt natürlich bei der Anzahl von Schiffen auch schon mal schnell den Überblick. Ja, hier ist, äh, das nimmt sich alles nicht viel. So. Ok, und jetzt geht's wieder los. Äh, Karachi ablegen. Ja, super. Mit den Textilien nach Vancouver. Und, äh, hier laufen wir nach Marseille aus. Und wir laufen ein in Argentinien. Da sind wir ja Stammgäste eigentlich, sollten wir da unsere eigenen Schlepper inzwischen haben. So oft, wie wir da auflaufen. Also, auch nicht im wahrsten Sinne, bitte. Mit dem Auflaufen, das wollen wir natürlich vermeiden, dass wir da auflaufen. Das können wir ja bei unseren Eisbergen machen. Aber auch das versuchen wir zu vermeiden. So, jetzt haben wir zu einem guten Preis getankt. Ähm, und fahren für einen nicht ganz so guten Preis zurück nach Marseille, wie immer. Aber das ist ja Standard. So, jetzt sind wir in Sydney angekommen. Einlaufen. Und dann schauen wir mal, was wir da eigentlich für die Waffenlieferungen gekriegt haben. Okay, einmal nochmal 200.000 hier oben. Das Schiff ist in Tip-Top-Zustand. Wahrscheinlich gerade. Er ist repariert. 99%. Sehr schön. Und da kriegen wir aber jetzt gerade, ähm, ich glaube, da machen wir mal Layup für zwei Tage. Und gucken wir mal, ob sich das verbessert. 800.000 irgendwas hätten wir verdient. So, ja. So, da sind wir in Sydney. Okay, das sind, ob 20 Millionen haben wir jetzt schon auf der, eine Million haben wir gekriegt. Das ist gut, denn die Strecke ist nicht so super lang nach Cape Town. Das sind ja nur 6.000. Also, so weit, wie wir sonst auch von Marseille nach Argentinien nach Buenos Aires fahren. Und jetzt noch 670.000 zurück, dann, ähm, das ist schon gut. Da kommt also ein bisschen was zusammen. Da haben wir was verdient an dieser Tour. Das ist gut. Aber leider ist die halt eben, äh, nicht immer, äh, so lukrativ. Da muss man also wirklich ganz, äh, ganz konkret gucken. Okay, Maschinen 30 Tage, das schaffen wir für eine Million. Das ist schon mal, ähm, wunderbar. Das wird also auch gemacht. Ähm, so, okay. Ja, ähm, ich glaube, ich gehe mal ins Office gerade und gucke nochmal nach. Jetzt hatten wir ja 20 Millionen. Ah ja. 20 Millionen haben wir. Ähm, mal eben nochmal sehen, was kostet das größte Schiff und wie viel müssen wir da eigentlich an Anzahlung leisten. Das wäre auch ganz wichtig zu wissen. Hightech, äh, Hightech-Schiffe, so, 58 Millionen kostet das im Moment. Ähm, und wir müssen als Anzahlung, ähm, 48 Prozent. Aha, also rund 59 Millionen. Okay. Ah, das, ähm, also wir brauchen noch so 3, 4, 5 Millionen. Dann wären wir in der Lage, das Schiff zu kaufen. Den ganz großen Kahn. Das richtige Schiff. Also, um es mit Crocodile Dundee zu sagen, das ist ein Messer. Aber jetzt sind wir wieder in Sydney mit den Waffen. Aber gut. Okay, ähm, es geht weiter. Wir legen ab in Sydney. Das ist ja auch ein ganz guter Auftrag. 600, noch was, 1000. Super. Und wir müssten doch jetzt auch irgendwo... Ah ja, jetzt, das ist ja unser Schiff, das sonst nach, ähm, Houston, ne, nach San Francisco gefahren ist. Ähm, da müssen wir also gleich mal gucken, wenn es wieder einen lukrativen Auftrag gibt, ist Sydney natürlich interessanter. Aber sonst fahren wir wieder ums, ähm, ums Cup unten rum mit, äh, holen uns ein bisschen Eis an den Eisbergen ab. Und dann geht's weiter. So, Tank ist voll genug. Wir gucken mal 675.000. Okay. Machen wir. Ähm, auch so. Wunderbar. Und gleich sind wir wieder in Vancouver. Da bin ich auch sehr gespannt. Okay, jetzt müssen wir auslaufen von Hand. Und ein bisschen zurücksetzen, wie immer. dieses Marseille folgt. So. Ähm. Reicht das schon? Hm. Okay. So, jetzt. Uh, zu früh. So, ein bisschen Gas geben. Und, ja, da kommen wir gut weg. Dann können wir auch Vollgas geben. Ganz locker abgelegt, sehr schön. Und jetzt volle Kanone aus dem, aus dem Hafen raus. Quasi ein Drag Race. Das, äh, ist jetzt wegen Street Rot. Äh, hab ich mich so dran gewöhnt. Jetzt müssen wir auch Vollgas geben. So. Okay. Und das haben wir also gepackt, ohne irgendwas kaputt zu fahren. Das ist ja auch ganz erfreulich. Die, äh, die Bewohner von Marseille freuen sich auch. Die jubeln uns zu, dass wir es diesmal geschafft haben, ohne irgendwo gehen zu fahren. Die sind das nämlich auch. Sind es jetzt leid, ständig alles wieder aufbauen zu müssen. Na, nur weil wir mal wieder zu Hause waren. Ah, sehr schön. Also ich muss sagen, im normalen Leben ist das nicht so, dass ich mich jedes Mal über das Wort Waffen freue. Aber, ähm, in diesem Spiel ist es tatsächlich so, dass, äh, sobald das Wort Waffen in der, äh, Charterliste auftaucht, äh, ein gewisses Grinsen über mein Gesicht geht. Denn das bedeutet in den meisten Fällen ja, dass wir einen sehr lukrativen Auftrag haben. Ich fühle mich auch schlecht, deswegen. So, auslaufen. Schon wieder. Ah, da haben wir aber blöder geparkt jetzt. Das ist nicht so gut. Ähm, ne, wir fahren mal rückwärts raus. Also erst mal nach vorne setzen, bisschen Platz schaffen. Bisschen mehr bremsen vielleicht. Oh. Das ist immer so knapp, so pixelweise. Macht mich total gerne. So, Vollgas und zurück. Und ein, schön um die Ecke rum rückwärts. Ah, das ist nicht schlechter. Rückwärts haben wir im Schiff. Du, uh, ganz schön rumgegangen. So, und das haben wir auch geschafft. Wunderbar. Ah, jetzt reicht's für diese Folge aber eigentlich auch schon wieder mit dem, mit dem händischen Ein- und Ausparken. So, da sind die Schlepperkapitäne wieder beruhigt. Das ist auch in Ordnung. Und weiter geht's. So. Immer noch was. Ach, Marseille. Angelegt. Okay, NE-Metalle. Nicht-Eisen-Metalle hier. Ähm, Tank ist voll genug. Der Preis ist nämlich zu hoch. Preis ist gar nicht heiß. Aber hier sind auch die Aufträge. Die sind ja mal. Ei, ei, ei. Also, ist ja auch ganz schön in Marseille. Vielleicht machen wir mal drei Tage Landurlaub. So, Cape Town und Vancouver. Vancouver sind wir jetzt. Vancouver-Carachi, unsere Strecke. Die ist ja immer für eine Überraschung gut. Und hier unten jetzt Cape Town. Gucken wir auch gleich. Die andere Strecke ist ja so ein bisschen langweilig. Das muss man ja, äh, muss man sagen. Hatte ich ja direkt zu Beginn schon gesagt. Aber sie ist eben durchgängig, ähm, lokativ. Das heißt, hier verdienen wir sozusagen unser, unser Standard-Einkommen. Und mit allem anderen, äh, verdienen wir uns net was dazu. So. 800.000 ist okay. Im Moment sind also die Angebote war wieder nicht so super. Äh, könnte also sein, dass auch die Schiffspreise mal wieder ein bisschen gesunken sind. Das müssten wir auch gleich mal gucken. Hier müssen wir leider voll tanken. Denn für die Strecke sollte man immer vollgetankt sein. Und was haben wir nach Carachi? Können wir eine Million? 1,1 Million? Ja. Ja, den können wir nehmen. 1,1 Million ist okay. So. Und jetzt Cape Town. Was gibt's hier diesmal? Also erst mal haben wir die 600.000. Ja, jetzt ist es sehr teuer. Ah, wir können nochmal mal... Oh Gott, das ist ja... Ja. Die Freude ist schon wieder vorbei. Also es lohnt sich natürlich, aber das ist ja nicht so doll hier. Gut, wir tanken mal auf die Hälfte hoch. Und, ähm, dann geht's ab nach Sydney nochmal. Ähm. Also wahrscheinlich sind die Preise jetzt gerade wirklich total im Keller. Was haben wir denn jetzt auf dem Konto? Wir haben 22 Millionen auf dem Konto. Ähm. Achso, jetzt habe ich nichts gechartert. Das ist immer gut. Das schaffen wir nicht. Ach je. Naja, bitte. Ähm. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen rechnen. Also, nee. Erstmal gucken wir, wie der Preis ist. Also 21,8 Millionen haben wir. Also, 56,8 kostet's. Also brauchen wir wahrscheinlich jetzt, ähm, rechnen wir mal mit 57. Wir brauchen 22,8. Ähm. Was könnten wir machen? Wir wollen natürlich auch nicht so total ins Minus. Aber es wäre gut, wenn wir auf 25 Millionen kämen. Und ich meine, da könnten wir natürlich, ach Mist, nee, da können wir im Büro könnten wir jetzt natürlich einfach mal, ähm, ähm, äh, wie viel können wir denn aufnehmen als Barkredit? 13 Millionen können wir aufnehmen. Na, das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir doch einfach jetzt mal, äh, 4,5 Millionen auf. Ähm. So. Und dann kaufen wir uns, äh, das große Schiff mit der Mindestanzahlung. Und schauen mal, was wir da so für Aufträge bekommen. Hightech. Jawohl. So. Ja, wie nehmen wir das, äh. Tja. Fad. One. Wie viel wollen wir mehr anzahlen? Äh, gar nichts. Am liebsten würden wir weniger anzahlen. Hallo? Könnten Sie vielleicht das Ganze noch was günstiger machen? Gibt's hier keine Rabattmöglichkeiten? Ich würd gern handeln. Und jetzt gleich sind die Millionen oben weg. Wir gucken kurz. 26,3 Millionen und. Ah, sie haben ein super Schiff gekauft. Es besitzt sogar Querstrahlruder. Und da freu ich mich besonders drauf. Das wollte ich euch ja auch zeigen, unbedingt. Und jetzt haben wir noch 3,6 Millionen. Wahrscheinlich kostet es schon 3,6 Millionen, das Schiff wieder voll zu tanken. So, wir gucken mal. Wir landen jetzt mit diesem, nee, das wollen wir nicht. Mit diesem kleinen, unscheinbaren Schiffchen gleich in Marseille. Ach, die Schlepp. Ablegen in Vancouver. Oh, okay. Ach, ich kann nicht da nur sagen, da bleiben wir ja alles im Hals stecken hier. Oh, bremsen, bremsen und bremsen. und linken das ist so knapp pixel mäßig aber sehr knapp das war noch knapper man das war knapp ihr kennt das vielleicht vom autofahren wenn man da wirklich in so einer ganz engen parklücke wieder auspackt und dann denkt man das kann doch gar nicht passen warum macht das gerade keine geräusche ja so war das hier auch gerade so wir laufen aus in richtung sydney mit unseren waffen das ist auch schön und hier laufen wir auch aus richtung marseille und da ist das große schiff ja fat one 99 prozent bunker voll das ist gut wir haben den immerhin da haben wir unseren rabatt es ist nämlich vollgetankt übergeben worden sehr schön und jetzt können wir mal was chartern und gucken mal jetzt kriegen wir nämlich auch mit so kleinigkeiten hier super aufträge und dann müssen wir jetzt mal was testen also mit dem anderen schiff brauchen wir 27 tage um von marseille nach buenos aires zu kommen das schiff jetzt ist schneller das wird auch nicht 19 tage das wird nicht klappen wir werden also eine strafe zahlen müssen wir müssen uns mal merken dass wir 209.000 euro strafe haben pro tag und dann können wir nämlich mal ausprobieren wie viele tage wir jetzt brauchen 19 tage ist ja angegeben sollen wir nur brauchen müssen wir mal sehen ob wir das hinkriegen können also den nehmen wir an und los geht's und dann gucken wir ob das passt oder nicht so wir legen ab angeblich fahren wir elf tage also da in der theorie könnte das schon passen aber da haben wir wieder eine million gekriegt und wir haben jetzt firmen status 10 trotz der schulden aber das neue schiff scheint uns also voranzubringen status 10 wahnsinn immer diese schiffbrüchigen ja klappt ja eh nicht also brauchen wir auch jetzt nicht wieder probieren ich ups ups aus versehen rückwärtsgang eingelegt was ist da los ne sag ich denen auch die ganze zeit dass mit der seemannschaft nichts los ist so da sind wir angekommen mit einem nicht ganz so lukrativen auftrag okay einmal ein bisschen tanken dann chartern und wieder zurück wie immer nach südfrankreich war schön hier und was ist das noch ein schiff was einläuft okay auslaufen wieder nach marseille und da sind wir jetzt drin hier mit dem 900.000 das ist auch gut ähm ne ist genug spät drin und wieder zurück ja das ist ja hier reine fleißarbeit auf der strecke ehrlich gesagt und jetzt ist eben die frage sind wir gleich schon mit dem großen karen da ne noch nicht auslaufen so ist er das schon ja da ist er schon so zack und das schafft man tatsächlich also 19 tage scheint nicht die grenze zu sein 19 tage haben wir auf jeden fall geschafft mussten kein bisschen strafe zahlen das ist natürlich super und wir verfahren dabei nicht mal ein viertel liter äh nicht mal ein viertel tank das heißt wir könnten ohne probleme viermal also zweimal hin zweimal her fahren ohne einmal zu tanken so die ne metalle sind hier selbst dann fast 500.000 wert auch das ist super ähm und wir haben kein prozent verloren auch das ist gut ah ja okay fremdes schiff so das war knapp habe ich ein bisschen lange gewartet hat aber noch gepasst okay so ähm einlaufen auslaufen ah ja das ist bietet sich ja jetzt an also so und jetzt sehen wir hier das schiff hat hier oben noch einen zweiten noch einen weiteren regler und das ist unser seitenstrahlruder und da können wir sowas tolles mit machen und ähm entspannter haben wir noch nie ausgeparkt hier im hafen und das könnte das ist eben auch in vancouver natürlich eine super sache wobei ich gar nicht weiß ob das schiff in vancouver in den hafen passen würde aber ähm da könnte man einfach so machen und dann fährt man einfach seitwärts soweit wie man es braucht und dann fährt man geradeaus raus dann ist also selbst die die schlimmste hafenausfahrt auf einmal total entspannt etwas unrealistisch hier an der stelle vielleicht dass das seitenstrahlruder keine verzögerung hat was die beschleunigung angeht also wenn man das auf die mitte stellt habt ihr ja gerade gesehen dann hält das schiff ziemlich abrupt an also wenn ich jetzt container an bord gehabt hätte wären die wahrscheinlich im hafenbecken aber gut ähm wir wollen es halt auch nicht übertreiben so ok einlaufen auslaufen einlaufen auslaufen äh also immer dasselbe 800.000 für elektronik sehr schön jetzt haben wir auch schon wieder acht millionen ähm ist ganz gut aber also schon wieder drei millionen verdient das ist gut wobei wir natürlich auch immer laufende kosten haben äh die schiffsabnutzung ist ein bisschen schwer so auf die zeit zu rechnen das müsste man ein bisschen umfangreicher mal mit zahlen vielleicht untersuchen so wir wollen ja nur wieder zurück also brauchen wir 50 hier und jetzt haben wir ja doch nochmal einen guten zurück super dann fahren wir wieder für 800.000 zurück ja ähm was soll ich sagen ich denke wir sind zeitmäßig eigentlich schon wieder am ende der folge angekommen ihr habt gesehen äh was für super schiffe es äh gibt was das alles so tolles kann und auch was da für preise jetzt rumkommen ich denke nächste folge könnten wir mal versuchen diesen äh den großen karen einmal auf eine andere tour zu schicken und mal zu gucken was man denn da eigentlich so äh was es da zu verdienen gibt wenn man ähm wenn man damit äh welches schiff ist das äh ähm wenn man damit jetzt vielleicht auf so einer route wie karachi da fährt da ist sicherlich einiges an geld drin das müsste man dann mal schauen ähm oh jetzt war ich zu langsam ach ne naja müssen wir doch noch einmal ähm einmal ein bisschen fahren notbremse notbremse so ok und wenn wir den dann jetzt muss ich dann mal dran denken auf die pausetaste zu drücken damit wir das auch regeln können hier so ok raus aufs offene meer und äh ja ok und stopp haha ja wunderbar einmal noch ins büro gehen damit da nichts schief geht falls man es mal vergisst ok status haben wir wieder einen verloren interessant vielleicht wegen der ähm dem zustand der schiffe oder sowas ähm weiß ich nicht so richtig wir können auch ein bisschen ähm kredit barkredit vielleicht erstmal tilgen der ist nämlich von der ich ja wir könnten den schlecht komplett tilgen zack haben wir immer noch 3,4 millionen das ist gut haben wir den getilgt und ähm dann würde ich sagen ich speichere mal ab bedanke mich dass ihr in dieser Folge dabei wart wir haben es ja jetzt doch weit gebracht haben es geschafft da das größte Schiff was es hier im Spiel am Markt gibt ähm dass wir das gekauft haben wir haben die erste Route damit auch mal äh geschafft und in der nächsten Folge ähm gucken wir dann mal wie das auf anderen Routen äh so funktioniert was für Angebote man denn da so bekommt das äh wird sicherlich auch beeindruckend sein so wie das Schiff an sich auch alles klar ja ich bedanke mich dass ihr dabei wart lasst doch gerne einen Daumen hoch da oder ein Abo falls ihr noch nicht äh Abonnent seid und ähm ja schaut euch die anderen Sachen auch an ähm vielen Dank und bis bald ciao und zum nächsten Mal